General Bondi und ich werden für den Rest der Zeit hier sein, bis sie alle erkennen, dass President Trump diesen Start gewonnen hat. Wir erklären offiziell, dass der Start Pennsylvania bis zur Auszählung der Stimmen Trumpland ist. General Bondi und ich werden hier sein. Ich bin sicher, wir werden in ständiger Kommunikation mit Ihnen sein. Wir werden dieses Video in Kurze veröffentlichen. Ich danke Ihnen für die Zeit. Vielen Dank.